Damio Plex ist ein Pokémon mit dem Typ Normal und existiert seit der zweiten Spielgeneration. Damio Plex ist ein metalgroßes, vierbeiniges und dammhirschähnliches Pokémon. Der Großteil des Fels ist hellbraun, einzig die Nase dunkelbraun gefärbt. Der Bauch ist grau gefärbt, genauso wie einzelne Flecken an den Seiten. Mit Ausnahme der Runden, schwarzen Elemente und den Hufen ist das Geweih dann noch komplett gelb gefärbt. Das Pokémon hat einen schlanken Körperbau, das Geweih sticht dabei heraus und hat die Form eines Augenpaares. Unterhalb des Geweihs befinden sich die beiden eher kleinen Ohren, die nach unten weisen. Die halbgeschlossenen Augen setzen sich aus weißer Lederhaut und kleinen runden und schwarz-weißen Pupillen zusammen. Und das Pokémon hat ein ausgeprägtes Gesicht und eine große Nase. Der breite Hals verbindet dabei den Kopf und das Torso und am Ende des schlanken Körpers ist ein dichter, runder Schwanz zu erkennen. Die Beine sind schlank, aber kräftig gebaut und werden durch die dunkel gefärbten Hufen vervollständigt. Und in seiner Shiny-Form ist Damirplex Fellhellgrün gefärbt. Damirplex nutzt Attacken einiger verschiedener Typen in Campen. Dazu gehören zum Beispiel Zen-Kopfstoß, Anfallen und Risiko-Tackel. Statusangriffe, die es nutzt, sind unter anderem Rollenspiel, Begrenzer und Zwango. Eine mögliche Fähigkeit ist Bedroher und senkt den Angriff des Gegners. Die Fähigkeit Schnüffler gibt Auskunft über gegnerische Items. Und die versteckte Fähigkeit Vegetarier, wodurch Pflanzenattacken absorbiert werden und der Angriff gesteigert wird. Damirplex ist in Waldregionen und Parks anzutreffen, wie beispielsweise der Route 36 und 37 in der Joto-Region und in verschiedenen Safari-Zonen einzelner Regionen. Damirplex sind bekannt für ihr prächtiges Geweih, das auf den Betrachter eine hypnotische Wirkung hat. Das kann sogar dazu führen, dass der Betrachter ohnmächtig zu Boden sinkt. Die Kugeln an Damirplex' Geweih können sogar zu einem Schlafpuder zerrieben werden. Dabei kann dieses Pokémon mit seinem Geweih Luftänderungen erzeugen und so die Wirklichkeit verzerren. Dabei kann sich Damirplex seit Pokémon-Legenden Arceus zu Darmütier weiterentwickeln, wenn die Attacke Barrierestoß 20 Mal in der Tempotechnik eingesetzt wurde. Dabei verändert sich seine Haut von Braun zu Grau und es bekommt Fell an den Beinen, am Hinterteil und unterhalb des Gesichts, das einer Bart ähnelt in weißer Farbe. Sein goldenes Grau wird nochmal größer und erhält mehr Abzweigungen. Mit seinem Typ Normal ist es dabei immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken. Der Rest macht Normal-Schaden, es sei denn, es hat noch die Fähigkeit Vegetarier, denn dann absorbiert es wie gesagt Pflanzenattacken und ist in diesem Fall immun gegen Pflanzenattacken. dem Geistattacken Duty Design di